Das war der Geheimdienst, der Hacker, die habe, man weiß nicht, Mossad wahrscheinend, Israel ist ja immer, die habe jetzt iPhones, also die habe scheinbar mittels, mittels per Ding. Internet, hat Mossad wahrscheinend jetzt einen Angriff auf, also die Staaten mittels Internetangriffe auf Hacker, so war es, und habe dadurch jetzt auch Internet, der Geheimdienst. Jetzt können die, das ist mit so einem Programm Pilatus oder wie, jetzt können die rein, die können jetzt in dein Netz und können machen, was sie wollen, mittels von deinem Ding. Das ist ja, egal was, die können Amazon bestellen, Schuhe oder Rechnungen auf dein Ding. Der Geheimdienst, die habe ich jetzt Internet, der Mossad. Ja, warum nicht?